Das ist Vincent. Vincent lacht und ist entspannt. Vincent ist Altenpflegeschüler und kümmert sich gerne um alte und kranke Menschen. Vincent hatte eine anstrengende und stressige Woche. Er fühlt sich sehr müde und ist kaputt. Der Dienstplan wurde geändert und er hatte oft Zeitdruck. Endlich hat Vincent ein freies Wochenende. Heute scheint die Sonne und Vincent überlegt, was er machen kann. Er geht gerne joggen, er fährt gerne Fahrrad und er trainiert im Fitnessstudio. Vincent verbringt seine Freizeit auch gerne mit seinen Freunden und lädt sie zum Grillen oder auch ins Restaurant ein. Vincent hat seine Energie aufgetankt, er fühlt sich topfit und gesund. en Untertitelung des ZDF, 2020